Harry lehnte sich langsam in seinem Stuhl zurück. Wie bitte? Also, ich meinte nicht Angst im eigentlichen Sinn, sagte Draco. Wie die Angst vor Spinnen oder einem Dracus. Ich meine, du hast Angst, dass es mit einem Mann doch mal ernst werden könnte. Hast du darüber nachgedacht, dass Mut vielleicht einfach nicht mein Typ ist? Draco zog eine Augenbraue hoch. Was wäre denn dein Typ? Luke? Nein. Daraufhin lächelte Draco. Und wer dann? Bei wem hast du gemerkt, dass du schwul bist? Harry überlegte fieberhaft und war schon kurz davor zu sagen, Victor krumm. Aber dann merkte er, dass er sich mit seiner Antwort zu viel Zeit gelassen hatte. Draco lächelte immer noch. Ich habe eine Frage. Harry wartete. Glaubst du, jemand, der den ganzen Tag nur Tassen spült und Kaffee kocht, ist zwangsläufig dumm? Äh, nein. Schön, aber glaubst du, ich bin es? Harry hielt kurz die Luft an. Nein. Ich komme nämlich einfach nicht dahinter, aus welchem Grund du mir so eine lächerliche Lüge aufgetischt hast. Seit wann weißt du es? Oh, praktisch, seit du es mir erzählt hast. Sicher bin ich mir seit dem Abend in der Bar. Ach, und was sollte das mit Wood? Draco verschränkte die Arme. Da wollte ich dich nur ärgern. Ich wollte eigentlich auch noch Luke K. auf dich ansetzen, aber inzwischen habe ich keine Lust mehr, ihn zu teilen. Ach, er ist dir also ans Herz gewachsen. Merkst du nicht, dass alles an dem Kerl falsch ist? Wer wäre dir denn lieber, so jemand wie du? Porter, bist du sicher, dass du Aura bist, oder finde ich dich nächste Woche im Stringtanga an einer Stange im nächsten Stripschumpen von New York? Vergiss es, Malfoy, das ist was anderes. Vergiss es, beschattest du mich? Wie bitte? Harry sah Draco erstaunt an. Ich hatte schon wochenlang das Gefühl, dass mir einer folgt. Es hat ziemlich genau dann aufgehört, als du mir deine neu erwachte Sexualität gestanden hast. Nein, ich überwache dich nicht. Okay, sagte Malfoy. Und warum denn diese Lüge? Harry seufzte und nahm einen großen Schluck Feuerwhisky. Das ist auf Armandas Mist gewachsen. Sie hat sich Sorgen gemacht, mich auf dich angesetzt und mich damit irgendwie in die Bredouille gebracht. Hätte ich mir echt denken können, sagte Malfoy. Naja, jetzt hast du ja Lukay. Sie hat keinen Grund zur Sorge mehr. Sie hatte nie einen. Doch, weil du dich dauernd besoffen hast. Malfoy lehnte sich über den Tisch. Glaubst du wirklich, solche Dinge verschwinden einfach aus der Welt, nur weil ich einen neuen, hübschen Arsch zum Grabschen gefunden habe? Harry verzog das Gesicht. Ja, richtig. Meine Probleme haben sich jetzt einfach in Luft aufgelöst. Deine heile Weltmentalität ist wirklich rührend, Potter. Immerhin schaffst du es jetzt nüchtern in die Arbeit, sagte Harry. Malfoy sah ihn herablassend an. Ja, du hast recht. Harry atmete tief durch, dann stand er auf. Hör mal, das war von Anfang an nicht mein Problem. Ich wollte nur helfen. Und zwar nicht dir, sondern Amanda. Aber da gibt es jetzt nichts mehr zu helfen. Malfoy sah hoch. Was findest du so merkwürdig an Lukay? Harry zuckte die Schultern. Kann ich nicht sagen, es ist so ein Gefühl. Aber mein Gefühl ist üblicherweise etwas, worauf ich mich verlassen kann. Ganz sicher? Langsam ließ Harry sich wieder sinken. Ganz sicher. Warum? Tja, wenn ich ehrlich bin. Amanda hat mir gesagt, dass du an seiner Ehrlichkeit zweifelst. Schon vor Tagen. Und inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, was ihn angeht. Die Frau, in deren Haus er seinen Laden betreibt, hat sich jahrelang geweigert, ihn zu vermieten. Und plötzlich entscheidet sie sich um. Das ist schon merkwürdig. Das muss nichts heißen, sagte Harry. Lukay weiß, wie er seinen Charme zu nutzen hat. Malfoy fuhr mit dem Finger durch eine Mulde im Holz. Ich frage mich auch, wo er die Tränke her hat. Welche Tränke? Die, die ich nehme, damit ich nicht besoffen in die Arbeit torkle. Er hat sie mir besorgt. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie davon gehört, dass es so gute Zaubertränke gibt. Harry schnappte entsetzt nach Luft. Warum zur Hölle hast du sie dann getrunken? Verdammt, glaubst du, ich will nach Azkaban wandern? Ein Alkoholiker sein ist nicht viel besser, Draco. Dracos Hand krampfte sich um sein Glas. Ich bin kein... Hast du noch was von diesen Tränken? fragte Harry Barsch. Draco sah auf die Tischplatte und begann in seinem Mantel zu graben. Er zog ein kleines, durchsichtiges Fläschchen heraus, in dem eine schimmernde, farblose Flüssigkeit hin und her schwappte. Harry nahm es ihm aus der Hand, entkorkte die Flasche und roch vorsichtig daran. Die Flüssigkeit roch säuerlich, aber auch ein wenig nach Honig. Er verschloss die Flasche wieder. Ich muss das untersuchen lassen. Malfoy sah ihn zweifelnd an. Wenn du nicht in Lebensgefahr schwebst oder so, kann ich dich vielleicht daraus halten. Vielleicht ist das Zeug ja wirklich nicht gefährlich und dein Freund kennt nur einen überaus versierten Brauer. Aber darauf kann ich mich nicht verlassen. Aber was willst du ihnen sagen, woher du den Trank hast? fragte Malfoy. Er versuchte, die Frage beifällig wirken zu lassen, indem er aus dem Fenster sah. Aber Harry konnte die Unsicherheit in seiner Stimme deutlich hören. Er überlegte. Ich hätte da noch eine andere Idee. Ich bin ganz ohr. Hermine könnte den Trank untersuchen. Wenn er ungefährlich ist, besteht kein Grund, jemand anderen einzuweihen. Malfoy schien nachzudenken. Aber als er nach seinem Glas greifen wollte, streckte Harry sich über den Tisch und zog es ihm weg. Vergiss es. Also was ist jetzt? Natürlich, sagte Malfoy gereizt. Ich wäre doch bescheuert, mich nicht darauf einzulassen. Gut, dann schnapp dir deinen Mantel. Wir machen das jetzt sofort. Malfoy stand grummelnd auf und betrachtete das Glas Feuerwhisky. Dann zog er sich seinen Mantel über und folgte Harry aus dem Pub hinaus in die Nacht. In der Gasse vor dem tanzenden Troll mussten sie nicht aufpassen, unbemerkt zu apparieren. Harry nahm Malfoy am Arm und apparierte sie vor Hermines und Rons Haustür. Er trat vor und schlug den eisernen Türklopfer einige Male gegen die Tür. Harry erinnerte sich, dass es auch eine Klingel für Muggel gab, aber Ron mochte sie nicht besonders. Er hörte Hermine, wie sie Rose befahl, bloß nicht ohne sie weiter Gurken zu hobeln. Dann öffnete sie die Tür mit einem Quietschen. Harry! Und sie blickte Malfoy an und runzelte die Stirn. Ist was passiert? Wir brauchen sozusagen deine Hilfe, sagte Harry. Na, dann kommt rein. Ihr könnt mir beim Essen alles erklären. Nein, Malfoy zieh die Schuhe aus und lass den Mantel da an der Garderobbe. Malfoy tat irritiert, was Hermine sagte. Harry kickte seine Schuhe achtlos in eine Ecke und folgte ihr in die Küche. Onkel Harry! Schau, ich schneide die Gurken! Er wuschelte ihr durchs Haar. Das machst du ganz super, Rose. Wo ist denn Hugo? Oh, der ist beleidigt, weil er noch kein Butterbier trinken darf. Er hat sich bestimmt unter dem Bett verkrochen. Sie kicherte. Dann fiel ihr Blick auf Malfoy. Wer bist du denn? Er heißt Draco, erklärte Hermine freundlich. Und er ist heute mit uns. Nicht wahr, Draco? Ich schätze schon. Draco stand unschlüssig im Türrahmen. Dann musst du mir mit den Gurken helfen, sagte Rose. Ich darf noch nicht hobeln. Mama sagt, das ist zu gefährlich. Draco verzog das Gesicht, aber Harry kniff ihn in die Seite. Mach schon, dann kann ich kurz mit Hermine reden. Wieder willig gesellte Draco sich zu Rose und nahm die Gurke in die Hand. Die Kleine hielt das Hubbelbrett fest und er begann die Gurke in kleine Streifen zu hobeln. Harry und Hermine zogen sich währenddessen unauffällig aus der Küche ins Esszimmer zurück. Was ist denn hier los, Harry? Fragte Hermine und verschränkte die Arme. Ich habe nicht mehr viel gegen Malfoy, aber du musst ihn deswegen nicht gleich mitbringen. Es ging gerade nicht anders. Wir haben ein kleines Problem. Harry zog den Trank aus seiner Hosentasche. Den hier hat Malfoy von seinem neuen Freund bekommen. Anscheinend kann er die Wirkung von Alkohol ohne Probleme aufheben. Nur ist mir sowas noch nie untergekommen und ich befürchte, dass er vielleicht gefährlich ist. Und jetzt willst du vermeiden, dass Malfoy Schwierigkeiten bekommt. Warum? Schwierigkeiten sind bei ihm fast gleichbedeutend mit Azkaban. Das halte ich für ein bisschen überzogen. Kannst du dir den Trank nicht mal anschauen? Hermine seufzte. Okay, aber das schaffe ich heute nicht mehr. Wir können morgen nochmal herkommen. Gut, lass ihn erstmal hier. Morgen Vormittag habe ich frei, da kann ich mich drum kümmern. Und jetzt komm. Ich will Draco nicht zu lang mit Rose allein lassen. Er tut dir schon nichts, Hermine. Ich mache mir auch keine Sorgen um Rose. Jetzt lächelte seine Freundin wieder. Sie kann in letzter Zeit ganz schön fordernd sein. Nein, Draco, hörte Harry Roses helle Stimme aus der Küche. Du machst sie viel zu groß. Die kann man nicht zu groß machen, die werden alle gleich groß. Nein, du hobelst zu fest, rief sie. Lass mich mal. Das hat deine Mutter verboten. Genau, Rosie, sagte Hermine. Lass mal sehen. Sie beugte sich über die Schüssel. Ist doch in Ordnung, Süße. Jetzt mach das Dressing drüber. Dein Dad müsste auch gleich da sein. Harry holte einige Teller aus dem Schrank und begann den Tisch zu decken. Als er fast fertig war, wurde die Haustür aufgestoßen und Ron rumpelte in den Gang. Holla, sind das viele Mäntel hier? Hermine, hast du Besuch? Er kam, ohne sich die Schuhe auszuziehen, in die Küche und erstarrte, als er Malfoy erblickte. Malfoy starrte ihn an. Hallo. Hallo, ähm, was zur Hölle treibst du hier? Er hobelt die Gurken, Papa, erklärte Rose bereitwillig und in einer belehrenden Stimme, als wäre ihr Vater vollkommen bescheuert, das nicht zu wissen. Gott sei Dank bist du da, sagte Hermine und wischte sich ihre Hände an der Schürze ab. Hugo hat sich oben verschanzt und weigert sich runterzukommen. Na warte. Ron stemmte die Arme in die Hüften und schenkte Harry ein kurzes Hey Harry und stampfte dann die Treppen hinauf. Hugo, wenn ich dich aus dem Zimmer zehren muss, musst du nächste Woche auf die Cannons verzichten. Sofort war ein Gerumpel von oben zu hören und eine Tür wurde aufgerissen. Das kannst du nicht machen. Ron lachte nur. Und wie? Hey, jetzt komm schon, es gibt Essen. Hermine seufzte. Das ist echt unfair, er hört nie auf mich. Aber alles, was Ron sagt, ist ihm heilig. Harry lachte. Ich bin mir sicher, das geht vorbei. Hugo kam in die Küche geschlürft, drückte sich an seiner Mutter vorbei und setzte sich auf seinen Platz. Er streckte ihr die Zunge raus, als sie sich wegdrehte. Dann beäugte er Malfoy misstrauisch und zog dann die Nase hoch, als hätte er beschlossen, dass er ihn nicht leiden konnte. Beim ganzen Essen und bis Draco und Harry sich schließlich verabschiedeten, sagte er kein Wort zu ihm. Dafür fragte er Harry umso mehr über den Trollfall aus. Schließlich schickte Hermine die Kinder ins Bett und Harry stand auf. Danke für das Essen. Wir melden uns dann morgen. Sie umarmte ihn. Ron gab ihm einen Klaps auf die Schulter. Draco scharte kurz mit dem Fuß auf den Boden, dann bedankte er sich knapp bei Hermine und sie verließen das Haus. Versprich mir, dass du bis morgen mal nüchtern bleibst, sagte Harry, sonst verpfeife ich dich. Draco schnaubte und apparierte. Harry hatte einen merkwürdigen Traum in dieser Nacht. Er spielte Quidditch mit Wood und der versuchte ständig ihn abzulenken, indem er eine Ziege auf das Feld beschwor, die mit einer Glocke um den Hals klingelnd hin und her lief. Das Klingeln wurde immer lauter, bis Harry Wood schließlich entnervt anfahren wollte und aufwachte. Es war noch dunkel, aber das Klingeln hatte immer noch nicht aufgehört. Harry sah sich irritiert um. Dann entdeckte er den Ursprung des Geräusches. Es war sein Handy. Er hatte es irgendwann vor einer Woche auf seinen Nachttisch gelegt und seitdem nicht mehr verwendet. Das Handy klingelte unentwegt und das Holz vibrierte. Harry rollte sich stöhnend auf die andere Seite des Bettes und hoch bis hoch. Der Anrufer war Hermine. Harry nahm ab. Ja. Bist du noch wach? Wieder. Hör mal, ich war einfach zu neugierig. Also habe ich mir den Trank angeschaut, nachdem Ron ins Bett gegangen war. Jetzt war Harry augenblicklich hellwach. Wenn Hermine ihm mitten in der Nacht deswegen anrief, musste sie etwas herausgefunden haben. Und, drängte er. Also die gute Nachricht ist, Malfoy ist nicht todkrank. Der Trank ist total harmlos. Harry rieb sich die Augen. Aber warum rufst du mich dann mitten in der Nacht an? Weil er zwar harmlos ist, aber dafür absolut bemerkenswert. So was habe ich noch nie gesehen, Harry. So war es noch eine dritte Spiel. Und, es gab er ein kleines Yard. Also war es auch noch mal. Und, als ob wir noch mal ein kleines Yard. Und, wenn man es ist, muss ich es mir leise. Und, dass es sich so am knallern.